... hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja. Aber Ihre Tochter wird seit Montagmittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Coratabank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Ich bin wie der Ducha. Da, wo du? Ja, das ist es. Du bist so lustig. Ja. Ich verstehe, es muss man sich ausfüßt, oder was das? Vielleicht... Was, ich bin von dir? Okay. Musik Du bist dir aber irgendwie unsicher Was? Nein, ich bin mir unsicher Nee, nicht unsicher Hast du mich deswegen versetzt? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen Was ist jetzt bitte mit diesem Scheiß-Handy aufhören? Ich komm nach sechs Monaten aus Afrika zurück Nach sechs Monaten harter Arbeit Und du empfängst mich so Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie Entschuldige, das ist Leo Ja, ich hab dich mir aus